Aufregender Tag. Wie sehr hast du meine ganzen Briefe an dich gelesen? Endlich. Du schläfst bei mir und dann gehst du zu deiner Frau zurück. Ist das dein Ernst? War das der Plan? Ist das irgendwie eine Art Test, den ich nicht bestanden habe? Was? Ja. Ja, wir streiten. Das ist genau das, was wir hier gerade tun. Wir streiten. Du sagst mir, wenn ich eine emotionale Achterbahn fahre und ich sag dir, wenn du mich nervst. Und du nervst mich. In neun von zehn Fällen nervst du mich. Und ich steu mich auch nicht dafür, deine Gefühle zu missbrauchen, weil nach zwei Sekunden nervst du mich wieder. Und das ist genau das, was ich will. Wenn ich will dich. Ich will dich zu einer Bub sein. Vor allem ganz. Du und ich. Für immer. Könntest du mir ein Gefallen tun? Würdest du mir sagen, wo du dich in fünf oder zehn Jahren siehst? Wie soll dein Leben denn aussehen? Wie soll es 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 aussehen?